Vom 21. bis zum 24. Februar 2024 findet der Deutsche Krebskongress in Berlin zum 36. Mal statt. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, hierzu Abstracts einzureichen, Ihre eigenen Ergebnisse, Studiendaten, experimentellen Daten dort zu zeigen. Sie haben die Chance, dass Ihr Abstract als mündlicher Vortrag ausgewählt wird in der Best-of-Abstract-Sitzung. Alle Abstracts werden publiziert, sowohl in der Kongress-App als auch schriftlich im Kongress-Band. Und wenn Sie mit Ihrem Abstract besonders überzeugend sind, haben Sie die Chance, einen Videoclip zu produzieren, der von unseren Medienpartnern bereits auf dem Kongress gezeigt wird, sodass Sie dort mit Ihren Ergebnissen ein sehr großes Publikum erreichen können. Ab jetzt bis zum 31. August ist die Abstract-Einreichung offen. Ich freue mich zusammen mit Ihnen den Deutschen Krebskongress zu erleben. Reichen Sie Ihren Abstract ein, zeigen Sie Ihre Daten, diskutieren Sie gemeinsam und erleben Sie mit uns gemeinsam den 36. Deutschen Krebskongress.